Und dann sage ich mit dem YouTube-Zeichen, geht's in einem neuen Stream. Den Nummer 6 ist es, ne? Den sechsten in Witcher weiter, wo wir gestern aufgehört haben. Genau, wir haben nämlich sogar noch die Absude drin, die wir uns gestern reingehauen haben. Wir haben als letztes hier die Burg erobert und müssen hier oben noch irgendwas tun. Das heißt, wir können hier oben einmal rum die ganzen Fragezeichen noch fix mitnehmen und den Punkt hier einnehmen. Dann haben wir nämlich die Ecke quasi auch fertig, würde ich mal so sagen. Gucken wir als erstes dahin. Freitag ist Spaghetti-Eistag. Yay! Und wir können ja mal tatsächlich in Richtung Fliegengitter gucken, Herr Lomo. Was hältst du denn davon? Man könnte ja mal vielleicht so einen Baumarkt düsen und Fliegengittern gittern. Und dann gucke ich zu, wie du Fliegengitter dran baust. Was hältst du denn davon? Ich feuere dich an und reiche kühle Getränke und fütter dich auch mit Eis. Das klingt doch nach einem Deal, oder? Also zwei Fliegengitter, einmal für Schlafzimmer und einmal für Recursive. Was? Fabian ist wieder da. Fliegengitterkauf am Freitag, confirmed. Alter, Kassel, sei gegrüßt. Oh Mann. Fabian. Schön, dass du wieder da bist. Das habe ich ja schon am Anfang gesagt. Wir haben dich echt vermisst, die Militärwochen. Oh Mann. Schön, dass du wieder da am Start bist. Und dann meldest du dich auch. Ja, du kriegst Geld, wenn du spielst. Okay, ich rede nie wieder. Ich muss jetzt nur noch spielen. Dann klappt das auch hier. Alter Schwede, Fabian. Du Übertreiber. Schön, dass du wieder da bist, mein Lieber. Boah, so viel schon wieder. Mach es dir bequem. Genieß einfach die Show und hab Spaß, Mann. Darum geht es. Egal. Einfach beim Labern ein bisschen Spaß haben. Beim Spielen zugucken. Danke für deinen Support. Herzen für dich. Und Fliegengitter für mich. Fabian. Dankeschön. Oh Mann. Alter Schwede, ey. Die Hauptquest wurde gefragt. Ich habe keine Ahnung. Da haben wir nichts gemacht hier. Irgendwie la kacke, la kacke ufu. Das kacke ufu. Ich weiß es nicht. Und da sollen wir nach dem Lager des Wichts suchen. Also da haben wir noch nicht viel gemacht. Viele Steps. Von daher ganz am Anfang. Da haben wir noch nichts gemacht. Oh Mann. Fabian. Für die, die jetzt vielleicht zum ersten Mal zuschauen. Bei allen anderen würde ich fragen, ob sie sich vertippt haben. Fabian spendet doch häufiger gerne mal so große Summen. Deswegen frage ich da nicht, ob er sich vertippt hat. Jeder bitte nur so, wie er kann. Fabian übertreibt halt gerne. Aber er kann es sich halt leisten. Und für allen anderen zuschauen. Und einfach nur Spaß haben reicht völlig. Da nicht geschockt sein von solchen Summen. Das bin ich schon. Dankeschön. Oh Mann. Hauptstory sind so 15, 20 Stunden. Je nachdem, wie schnell man ist, würde ich sagen. Okay, dann haben wir da doch noch ein paar Streams. Verdammt. Das ist ja dann doch richtig groß. Wir spielen es jetzt ja schon. Wo sehe ich denn das? Unter. Ne, warte mal. Ihr habt gesagt. Wie war das? Unter Charakter und linke Taste, ne? Äh, L2 oder so. Ne. Irgendwie hattet ihr mir gesagt, wie ich hier in die Statistiken komme. Ich weiß es nicht. Und ich schwitze gerade. Mir ist gerade ein bisschen heiß. Ah, ne. Der Bart wächst. Wobei, das seht man nicht. Also ich habe ja hier tatsächlich keine Löcher. Ich werde grau. Wie der Zitaten schon sagt, ich werde slester grau. Hier sind Haare. Die sind nur mittlerweile weiß. Schnee, grau, weiß. Wahrscheinlich, keine Ahnung, kann ich demnächst in irgendein Gregorien-Orden eintreten. Und irgendwelche Lieder trellern. Äh, mit Punk und Rock. Wird's nix mehr, weil der Bart nicht mehr schwarz ist. Dann muss ich jetzt irgendwie in so eine Gregorien-Band. Und dann irgendwelche Ave-Marias-Trellern mit weißem Bart zu Weihnachten. Und dann mit dem Schlitten zum Dönerladen fahren. Ich weiß es nicht. 20 Stunden. Okay, ja, dann sind es ja doch noch einige. Das sind ja nur Minimum 4 Streams. What the heck? Okay, habe ich nichts dagegen. Oh, hier ist ein Flederdrache. Moped. Inventar L1. Wehe, der macht was kaputt. Nö. Ne, Inventar L1 gehe ich oben durch die Dinger. Äh, L2 war es bei dir? Ah, ne. Doch. Ja, ja. Ja, ja. Ja, ist okay. Gesamtspiel... Ja, Gesamtspielzeit 4 Stunden. Hä? Natürlich. Ich habe 4 Stunden gespielt. Also, ihr seht jetzt heute offiziell den ersten The Witcher 3 Speedrun. Wir sind Level 46 in 4 Stunden 24 Minuten. Fast durch der DLC. Ich glaube, Any Person World Record ist relativ nah. Wenn ich jetzt noch weiter Gas gebe, können wir den vielleicht noch schaffen. Das Spiel und die Statistiken bescheißt. Ohne Witz, Mann. Crime Beat sei gegrüßt. Ei, ei, ei. So, wir müssen da irgendwo hin. Wo immer dahin auch ist. Äh, ich hätte mal vielleicht gucken sollen. Ist das irgendwie auf dem Berg? Ne, da unten ist ein Dorf. Ein Banditenlager. Dann nehmen wir das mal eben auseinander. Au. Ich habe auch im Moment kein Futter ausgerüstet. Das muss ich gleich nochmal tun. Aber noch habe ich ja den Absurd aktiv. Und gestern wurde gefragt, warum mein Schwert blau leuchtet. Das ist der Fall. Ich habe ja im Moment ein Set an. Wenn ich einen schweren Angriff mache, bufft sich das Schwert mit mehr Schaden. Das seht ihr auch oben an den Buffs. Da ist dann immer so ein kleines Schwert mit so einem Speed-Symbol aktiv. Ähm, müsst ihr mal drauf achten. Also, das ist das Symbol für mein Schild. 100% Schildstärke. Und dann, wenn ich einmal mit dem Schwert den schweren Angriff mache und gefolgt von leichten Angriffen, habe ich so ein Geschwindigkeitssymbol. Und solange das da ist, leuchtet das Schwert blau. Das ist halt quasi der Indikator. Ich mache mehr Schaden. Das Schwert ist gebufft. Und, äh, high, gib ihm mehr Damage incoming. Was alt ist das neue Plumo? Was war mit Plumo? So, jetzt hier. Äh, jetzt habe ich nicht getroffen. Ich muss natürlich treffen. Da, jetzt ist der Buff da. Jetzt sollte das Schwert blau leuchten. Im Dunkeln sieht man es besser, bis es ausläuft. Jetzt müsste ich wieder einen schweren Angriff machen. Und dann wäre alles Plumo. Oh, Mann. Kuribu sammelt für eine Monsterschwende. Wie gesagt, Leute, macht euch da keinen Stress. Einfach zuschauen reicht völlig. Das ist Ehre für mich genug, für euch streamen zu dürfen. Alles andere ist absolut optional. Wie gesagt, macht euch kein Kopf um Subs, um Geld, um whatever. Bitte jeder nur so, wie er kann. Ich sage es nochmal dazu. Weil vielleicht eine, äh, der eine oder andere das erste Mal zuschaut. Lasst euch halt, wie gesagt, nicht von irgendwelchen Summen abschrecken oder drängen. Auf keinen Fall. Bitte, bitte nicht. Wie halt einfach nur zuschauen. Das, äh, reicht völlig. So, habe ich das Ding jetzt hier ausgehebelt, gehobelt? Gehebel hobelt? Ähm. Ne, das ist noch aktiv, ne? Muss ich hier noch was looten? Ah ja, da. Da ist noch eine Kiste. Ah, da ist auch eine Kiste. Das muss ich irgendwie alles noch mitnehmen. Und dann muss ich auch gleich nochmal ganz kurz, ähm, ich brenne. Oh, ich brenne. Äh, warte mal. Ich muss mal ganz kurz einmal hier den Sud absuden. Und ganz kurz nochmal Futter ins Inventar packen. So, denn da haben wir nämlich nichts mehr zu essen. Äh, die Trauben haben wir nämlich aufgegessen. Aber wir haben hier noch elf Blaubeeren. Ja Mensch, dann nehmen wir doch die Blaubeeren hier rein. Dann können wir die nämlich zwischendurch so ein bisschen futtern. Da unten haben wir auch noch Oliven oder Datteln. Dann können wir die auch noch essen. So, da haben wir irgendwie ein Dialagebuch-Eintrag. Too long, didn't read edition. Und schnappen uns... Achso, das fast kann ich nur anzünden. Ne, gut, dann nehmen wir hier noch die Blume mit. Matze. Alter Schwede. Um mal die 100 Euro von Recursals zu neutralisieren. Lasst euch nicht verarschen. Vor allem nicht beim Preis. Ne. Hier soll es einfach nur Spaß machen, Matze. Dankeschön, du Verrückter. Oh Mann, Matze. Ihr seid verrückt. Dankeschön. Oh Mann. Heute mal kein Gong. Äh, der hatte schon gegongt. Ähm, der hatte schon gegongt. Ähm, Bruce Banner und Matze hatten schon beide gegongt zu Beginn. Aber dann habe ich mich in Rage geredet. Wollte eigentlich anfangen, aber dann ging es doch wieder 20 Minuten länger. Weil noch irgendwie coole Fragen und Themen waren. Und, ähm, dann haben wir uns ein bisschen festgequatscht. Und dann kam Fabian. Also, wie gesagt, nochmal an alle vielen lieben Dank fürs dabei sein. Unterstützen, folonieren, saborinieren und alles. Dankeschön. Oh Mann. Rezept. Und Meteoriten. Ernst? Na gut, dann haben wir das Ding hier auch fertig. Perfekt. Dann gehen wir einmal hier den Weg rum, würde ich sagen. Und gucken mal, was da ist. Ich buffe mich nochmal. Und dann schauen wir mal da unten. Da ist irgendwas. Was ist denn das? Ein Rehfuchs. Ein Wildhirschschwein. Panther. Der flüchtet. Na ja, dann lasse ich ihn in Ruhe. Ich muss eh nach da oben. Oder greift er mich jetzt an? Na, jetzt greift er mich an, weißt du? Der Baumkuschler. Das sind Ruide. Mann. Mann, Mann, Mann. Scotsman. Marm, sei gegrüßt. Danke für den Host, mein Lieber. Und was wollte Quirtel schreiben? Was ist Quirtel? Wahrscheinlich, äh, heißt Kuribus Meerschweinchen auch Myrte. Die, die fiepende Myrte. Ei, ei, ei. Und Chef von TTH. Schönen guten Abend dir. Und nach dem schönen guten Abend, Steffen. Auch noch ein Uncharted-Fanfaren-Ding für dich. Für 14 Monate, mein Lieber. So lange schon. Alter Schwede. Dankeschön für so lange Zeit. Ich hoffe, du hast weiterhin Spaß im Club mit Emotes, deinem Garagen-Stellplatz und allen. Bleib uns erhalten. Hilft ungemein. Ich sag vielen lieben Dank und Herzen für den lieben Steffen. Los. Oh, oh. Ah. Wo? Was? Eine Flatulenzler. Also ein Pups-Mob. Au. Flatterer. Und da ist noch ein, da ist ein anderer. Der Damage ist real. Der kannst du nicht nur bei Edeka kaufen. Warte mal, ich buff mich lieber nochmal und nimm nochmal eine Erdbeere. Einfach durchbürsten. Oh, doch nicht. Ich hab gedacht, ich bürste ihn um. Aber nix gebürstet. Da ist die Bürste ausgefallen. Denn der leuchtet. Was ist das denn für ein Moped? Hallöchen. Keflon. Mir ist im Nachhinein noch eingefallen. Ich hab mich nie für deinen Host bedankt. Da ich bei 100 Leuten doch ein bisschen überfordert war. NG plus 7 Endboss Versuch Nummer 21. Keflon. Gerne doch. Nicht dafür. Wie gesagt, hat halt gepasst. Du warst online. Hast das richtige Spiel zur richtigen Zeit gespielt. Hab ich gern gemacht. Ja. Kein, kein Ding. Gerne. Und ich sag jetzt vielen lieben Dank für die Unterstützung an der Stelle. Ich hab zu danken. Mein Lieber. Dankeschön. Und auch Herzen natürlich für den lieben Keflon. Der bis auf NG 99 spielen will. Wie gesagt, Respekt. Mein Gehirn wäre da, glaube ich, ziemlich mußmatsch. Divi hat's ja bis 7 gespielt. Ich hab bei 3 schon nachher keine Lust mehr gehabt. Alter Schwede. Keflon. Dankeschön. Und Mox da. Komm gut ins Bett, mein Lieber. Oder in den Lurk-Modus. Eieiei. Das war aber ein dicker Monster-Moped, wa? Hat ganz gut Schaden gedrückt. Habe ich jetzt hier das Ding eigentlich schon eliminiert, das Monsternest? Hm, nee, das Monster-Lager ist noch immer hier irgendwo drin. Achso, hier ist schon mal irgendwas. Na, ich nehm mal alles mit. Wir brauchen eh noch Geld. Wir wollen ja das Weinlager noch ein bisschen aufbohren. Und da brauchen wir eh noch Kohle. Wie gesagt, Rüstung sind wir fertig. Mit Rüstung und Waffen. Ich denk mal, da wird nicht mehr allzu viel kommen. Aber wir brauchen halt auch richtig viel Kohle für unseren Weinberg. Da kam ich her. Badmark. Bad-B-Badmark? Heißt das Badmark oder heißt es Badmark? Entschuldigung. Ich glaube, ich hab das grad ziemlich dumm vorgelesen, dein Nickname. Ich wollte ihn nicht absichtlich verhunzen. Sorry. Äh. War ich jetzt hier schon? Muss das halt irgendwie durchkommen. Und Catweasel sei auch gegrüßt. Da oben komm ich? Hä? Da oben krieg ich das Ding auf. Das ist klar. Aber wie komm ich denn da hin? Ne? Da oben komm ich hin. Wenn ich oben hinkomme. Aber wie komm ich hin? Achso, hier ist ein Weg. Ich könnte vielleicht außen rum gehen. Moment. Hier. Müssen wir mal gucken, ob ich da hinkomme. Und Just ahead. Ja auch. Schönen guten Abend. Das sieht doch aus wie hier ein Weg, oder? Komm ich da hin? Ja, nein. Weil hier ist eine unsichtbare Wand. Also, ich hätte gedacht, ich komme hier hoch, aber er springt vor die unsichtbare Wand. Ähm. Ich sehe jetzt nicht, wie ich da hinkäme. Da hinten sind auch noch Geräusche. Das ist wahrscheinlich die Fackel, ne? Die, die, die lodert. Ähm. Check ich gerade nicht, wie ich da hinkomme. Ja. Danke. Für Fackel. Habt ihr eine Idee? Weil ich sehe keinen Weg. Und nur da oben sehe ich die Wand, die ich wegmachen kann, wenn ich denn da hinkäme. Aber ich komme ja da nicht hin. Von daher check ich gerade nicht, wie ich da oben hinkomme. Und das Monsternest haben wir dementsprechend auch noch nicht ausgehebelt. Und oben sieht man ja, dass der Weg auch noch linksrum weiter geht. Hm. Wie gesagt, hier komme ich nicht weiter, weil hier eine unsichtbare Wand ist. Und tauchen kann ich augenscheinlich nicht. Also, besser gesagt, da sehe ich nichts, wo ich tauchen könnte. Uli, sei gegrüßt. Ne, wie gesagt, hier ist nichts. Hier kann ich auch nicht tiefer tauchen. Da ist nichts. Naja, keine Ahnung. Entweder verbuggt oder später, oder irgendwie questrelevant. Im Moment komme ich hier nicht weiter. Das heißt, die Höhle können wir im Moment nicht aushöhlen. Naja. Dann lassen wir das im Moment. Naja. Skippen wir die Höhle. Gehen wir zum nächsten Punkt. Ja, eine Katze. Ich meine, es war jetzt ja nicht dunkel. In dem Sinne. Also, ich habe ja schon was gesehen. Und gesehen habe ich halt nichts. Weil dann das Wegproblem erklärt. Ja, keine Ahnung. Ist egal. Ist egal. Zwei coole Monster. Oder ist das Ding jetzt doch ausgehebelt? Ach doch, ist es. Ist ausgegraut. Ja, keine Ahnung. Oder auch egal. Och, egal. Gehen wir einfach mal weiter. Tanja, sei gegrüßt. Ich hatte dich, glaube ich, auch noch nicht. Wann hast du dich denn reingeschlichen? Ist doch gar nicht 12 Uhr. Ich bin wieder schockiert. Äh, ich hänge hier fest. Ah, da oben ist der komische Drachenflieger. Monsternest. Du bist schon die ganze Zeit da. Dann habe ich dich echt nicht gesehen. Ich habe Tanja nicht gesehen. Oh mein Gott. Entschuldigung. Konnte das nur passieren? Ein Draconiden-Nest. Ich muss es zerstören. Ja, ich glaube, erstmal muss ich den Draconiden zerstören. Den Gabelschwanz. Und da ist der Drache schon Geschichte. Ja, noch ist ja der Absurd an. Da habe ich wenig Probleme. Weil der Absurd heilt mich ja mit jedem Schlag, den ich schlage. Und, äh. Ach, hier ist das Nest, ne? Wo? Mal, Tanja, entschuldigst du dich, aber mich übersiehst du gerne mal. Kasa, ich habe dich noch nie übersehen. Nie. In keinem Stream. Ich streame doch nur für dich, Kasa. Weißt du doch. Du kannst das jetzt aber auch nicht sagen. Tut mir auch weh. Big TV an! Oh, Mann. Gut, dann haben wir das Ding hier auch fertig. Und wir nähern uns dem Punkt. Schnucki ist früher ins Bett heute. Ja, warum auch nicht? Ah. Genau, noch nie, Kasa. Noch nie. Oh, Mann. Ja, macht er Zweig. Er hatte beide auch kurz angewitzt, Mann. Ei, ei, ei. Ruinen, das sind da irgendein Tempels. Oh, Mann. Ja, ich überlege immer noch, was Medias gesagt hat. Medias hat mich wuschig gemacht. Dass jetzt vielleicht doch noch irgendwas erscheint. Das wäre extrem cool. Das wäre extrem cool. Dann springe ich im Dreieck. Im wahrsten Sinne des Wortes. Und nächstes Jahr kann ich jetzt schon mal sagen, nächstes Jahr werde ich tatsächlich dann die E3, so wie es dieses Jahr ja auch schon einige gemacht haben, tatsächlich auch casten. Ich sitze eh davor, dann mache ich halt tatsächlich auch den Stream an und eventuell noch mit jemandem zusammen oder so. Und dann werde ich halt auch streamen. Ähm, dieses Jahr hatte ich halt gar nicht so als Lösung oder Möglichkeit auf dem Radar, aber die Ideen, die ja halt viele umgesetzt haben, fand ich ziemlich gut. Nächstes Jahr werde ich das einfach auch machen. Weil gucken tue ich es eh, dann kann ich auch drüber reden, wenn es live ist. Keine Ahnung. Äh, mein Absolut ist noch an. Perfekt. Ja, alles Spaß, klar, klar. Alles, alles. So. Ach, das ist wieder eine... Ach, hier ist eine Wolfshöhle. Warum denn immer Höhlen? Wie schmeckt dir das Silber? Na komm schon. Ich hab doch nicht mehr viel Absurd. Wölfe sind leicht dezent verbuggt. Die flippern hier einfach um die Ecke rum. Ich spart ein Blablabla im Pre-Stream. Ach, dafür stehe ich mit meinem Namen, mit dem Blablabla. Dann rede ich über alles Mögliche. Weiß ich nicht, welche Pflanzen ich auf dem Balkon anpflanze oder so. Das gehört dazu, Matze. Das werde ich auch nicht loswerden. Dafür rede ich einfach zu gerne. Keine Ahnung. Das ist halt so. Ist eigentlich jemand ein Trials-Bread-Dragon aufgefallen? Die haben das einfach so gedroppt und nun steht es zur Verfügung. Ja, hab ich gesehen. Aber ist jetzt nicht so mein Spiel, weil tatsächlich Trials-Fusion und die ganzen Spiele ist nicht so meins, muss ich sagen. Für die, die solche komischen... Entschuldigung, für das Komische. Für Leute, die halt dieses Genre mögen mit... Wie heißt das? Sidescroller-Moped fahren? Das ist das Genre, ne? Wenn ich jetzt in Wikipedia gucke, steht da, Sidescroller-Moped-Spiel. Keine Ahnung. Sidescroller-Moped-Spiel. Danke für den Host. Und natürlich auch willkommen an deine Zuschauer bei The Witcher. Im Moment noch Optionales. Irgendwelche Nebenquests in Blood & Wine. Ja, Dankeschön. Und es wurde mal angezeigt. Sehr unglaublich. Price-Anzeige. Aber jetzt ist mein Absurd... Oh, mein Absurd ist ausgelaufen! Hallo, Werwolf. Ja, da muss ich mal... eine Blaubeere nehmen. Ohne Blablabla wäre ich gar nicht auf Marco's Dream gestoßen. Nehmt ihr das nicht weg? Ne, ich glaube, das wird sich auch nicht ändern, Kasa. Ich weiß, das hat nicht allen gefällt, aber... die müssen ja nicht zugucken. Oder können später einschalten. Ich meine, es wird ja keiner gezwungen. Heistec hat den Host-Alert wie er heile gemacht. Wer hat der kann? Keine Ahnung. Du hast... Soll jetzt nicht überheblich klingen, aber ich glaube, es waren sechs oder sieben Hosts und das war jetzt der erste, der angezeigt wurde. Das System ist irgendwie so broken. Weiß ich nicht. Ich lese es immer aus dem Chat, aus Chatty. Wie hat das System von Typee funktioniert? eher schlecht als recht. Und Twitch-Alerts scheinen hier dieselben Probleme zu haben. Ich weiß nicht, ob die da in der Struktur irgendwas ändern. Im Moment ist auch das gesamte Wisper-System auf der Twitch-Seite ziemlich fürn Po. Du wisperst Leute an. Du siehst nicht, dass du gewispert hast und die Leute sehen es auch nicht. Erst Tage später... Du ignorierst mich. Du hast mich gar nicht mehr lieb und willst überhaupt nicht mehr mit mir gehen. What? Ich hab dir doch gewispert. Willst du mit mir gehen? Kreuze bitte an. Ja, nein, vielleicht. Ich hab das gar nicht gesehen, weil nichts aufgeplöppt ist. Oh. Und so geht es mir auch. Wenn ich Leute anwisper, ich hatte gestern irgendwie Fabian nochmal angewispert. Es plöppt halt nichts auf. Und dann kann man natürlich auch schlecht darauf antworten, wenn man es nicht sieht. Das System ist im Moment auch so hart am Limit. Keine Ahnung. Die sind halt nur am Rumbasteln. Naja, oder nicht nur am Rumbasteln. Im Moment ist halt E3 und wahrscheinlich ist die Seite kurz vorm Sterben. So, was haben wir hier? Irgendwas? Rote Rüstung. Also, weil wir schon alles gefunden haben an Rezepten und Zeug. An fucking fast mal. So, haben wir das Ding hier ausgehebelt? Ja, ist ausgegraut, ne? Das heißt, wir sind fertig und können da hingehen. Freue mich schon ab morgen. Ruckelfreie Slash schauen. Ich vermute mal, das klingt nach neuem Internet, Artorias. Wobei, morgens rieb ich mich gar nicht. Aber dann, irgendwen werde ich hosten. Dann können wir zusammen den gucken, den wir hosten. Erst wieder Sonntag. Zum Build am Sonntag. Aber ja, falls es das neue Internet ist, freue ich mich natürlich für dich. Artorias, neues Internet, was dann vernünftig funktioniert, ist immer geil. Ich wähle die letzte Option, Kuribu. Scherz. Was, Taipi vertauscht bei mir auch die Sounds und Follows und Hoes und die GIFs. Ei, ei, ei. Son Kash, sei gegrüßt. Wie kam ich jetzt eigentlich hier hin? Und wie komme ich hier wieder? Ach da. Nee, ich habe tatsächlich damals... Oh, wie hieß denn das andere Spiel, Keflon? Wenn du da in dem Sidescrawler-Moped-Genre drin bist. Es gab doch neben Trails Fusion noch ein Spiel. Ich habe den Namen vergessen. Das war auch so ein Sidescrawler-Moped-Ding. Und, ähm... Aber es war nicht Trails oder Trials. Das habe ich getestet oder ich weiß nicht, ob ich das damals... Nico gegeben habe. Also Kalix, das er es testen musste, weil ich keinen Bock hatte, es zu testen. Da gab es noch ein Spiel, was so ähnlich war. Eigentlich genau dasselbe. Äh, nur in anderen Namen. Und von anderen Firmen. Ich habe es vergessen, wie es hieß. Verdammt. Dima! 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 sei gegrüßt. Schönen guten Abend, dir. Schon etwas länger nicht gesehen, aber doch wiedererkannt. Und fünf Monate. Dima, ich danke dir für die Unterstützung. Hilft ungemein an der Front, mein Lieber. Dankeschön. Ich hoffe, du hast weiterhin hier. Viel Spaß. Auch wenn wir keine Overwatch spielen. Mit Programm-Emotes, dein Garagen-Stellplatz. Dankeschön, Dima. Und die Herzen für dich. Oh Mann. Hatte Dima bei Cyrus habe ich dich gesehen. Du bist ja im Moment auch auf dem Overwatch-Trip. Ich müsste es auch mal wieder spielen. Verdi. Wir hatten gestern schon so viel und heute geht es schon weiter. What's the heck? Freundin, Dankeschön dafür. In dem Fall jetzt auch noch an Verdi. Alter Hörchen. Dankeschön. So viele gestern und heute. Auch an dich, mein Lieber. Danke für die Unterstützung. Und auch viel Spaß weiterhin im Club mit Emotes und allen drum und dran. Dankeschön. Und jetzt kommt der nächste Host. Ich komme aus dem Bedanken schon gar nicht mehr raus. Trollen. Vielen lieben Dank für den Host. Ich hoffe, es wird angezeigt. Die Systeme mögen das nicht anzeigen. Keine Ahnung. Deswegen sage ich danke, bevor es angezeigt wird. Vielleicht. Und natürlich willkommen an deine Zuschauer. Gerade hier im Witcher-DLC. Im Moment noch Nebenzeugs am Machen. In Blood & Wine. Ähm. Ja. Hauptstory vielleicht später. Ich warne dann noch mal vor Spoilern hin. Wer es eventuell dann noch selbst spielen will. Kann dann schnell wegschalten. Im Moment ist es nur Nebenzeug. Ähm. Aber so viel haben wir nicht mehr. Könnte sein, dass wir nachher die Hauptstory anfangen von Blood & Wine. Oh Mann, oh Mann. Ja, danke für den Host. Werwolf. Hallo, kleiner Werwolf. Mein Absurd ist ausgelaufen. Das macht mir Angst. Ja, okay. Der war ja doch relativ einfach. Moin. Hab keinen Ton hier am Rechner, aber ich wünsche euch allen viel Spaß, Trollin. Dankeschön. Und Hawkeye. Dir auch. Vielen Dank für den Host. Ja, Trollin hat heute tatsächlich, ähm, ich hab mal reingeguckt. Die hat heute so ein bisschen mit Virtual Reality und Brille rumgewuselt. Das sah irgendwie interessant aus, muss ich sagen. Ähm. Hat da halt diese VR-Spielchen gespielt. War auf jeden Fall interessant. Wie halt, ich selbst hab das noch nie aufgehabt. Ich kann mir das halt als Brillenträger extrem, ähm, unkomfortabel vorstellen, über die Brille noch eine Brille zu tragen. Das mag ich schon bei diesen 3D-Kinokrams nicht. Oh ja, Trollin hat da halt so ein bisschen rumgespielt. Das sah aber, wie halt, interessant halt aus. Wie halt, wer da halt, äh, eventuell immer in die Video die halt schauen mag, einfach bei Trollin gucken. Die hat heute so ein, äh, VR-Stream gemacht. Overwatch hab ich mir auch geholt für die PS4. Ja, meine PS4-Version ist immer noch nicht da, was mir Sorgen macht. Muss ich sagen. Ich spiel's im Moment vom PC. Was ist heute los? Ist ja schon wie gestern. Apollo. Auch schon so eine lange Zeit. Mein lieber Estus-Dealer der Herzen, ich hoffe, du dealst noch weiter lange Estus bei uns. Bleibst uns erhalten und hast weiterhin viel Spaß. Ich sag einfach dickes Danke auch noch anschließend für den Host, der hinterherkommt. Alter Schwede. Dankeschön. Bin leider nur knapp Level 40. Cause Real Life und Girlfriend. Ja, ich bin Level 26 oder so. Das Einzige, was ich, glaube ich, einigermaßen spielen kann, weil ich da kein Aim brauche, ist Junkrat und die Heilklassen. Da muss ich, da kannst du ja nicht viel falsch machen. Ähm, alles andere, wo ich schießen muss und aimen muss, das ist nicht, nicht... Oh, oh, oh. Hier gibt's, hier gibt's einen Friseur. Da könnten wir ja mal ganz kurz, äh, hin friseuren. Blood & Wine ist absolut geil, ähm, der Micha. Ganz ehrlich, es gibt wenig DLCs, die ich bis jetzt gespielt hab, die so gut sind. Also, ich mag die From Software DLCs, die sind meiner Meinung nach brillant und Blood & Wine ist, finde ich, so auf ähnlichem Niveau. Es ist riesig, es ist viel drin, es ist Endgame-Content. Wenn es DLCs gäbe, sollten sie alle so aussehen, ohne Scheiß. Also, meiner Meinung nach eines der besten DLCs, die ich je gespielt habe. Wenn du Witcher mochtest und, ähm, nicht absolut überlevel bist, also so im Bereich zwischen 30 und 40, spiel es. Absolut schönes DLC. Und nicht einfach, weiß ich nicht, da bin ich ein bisschen von den Fallout DLCs enttäuscht. Ich hab's gestern noch gelesen, ähm, hab ich leider überlesen, ich hab's dann nachgelesen, dass Medias gestern noch gesagt hat, dass, äh, Nuka Cola World, wohl nochmal ein Content-DLC sein soll für Fallout 4. Das hab ich gar nicht so mitbekommen. Ich dachte, die drei DLCs sind alle nur Bauen. Also einmal Vault bauen, einmal irgendwelche Mechanismen bauen. Aber Nuka Cola World soll wohl so ein Vergnügungspark-DLC-Ding sein. Eventuell gucken wir uns Satter nochmal an. Aber mal schauen. Ja, da möchte ich auch erstmal noch ein bisschen mehr zu erfahren. Gibt's hier eventuell neue Frisuren? Ähm, ja. Er hat Leute umgebracht, Schafe gefressen, den Hof verwüstet. Wie gut, dass du ihn besiegt hast. Danke. Wenn du willst, schneide ich dir die Haare. Sobald mir die Hände nicht mehr zittern. Ich versuch gerade den Chat nachzuvollziehen. Der Micha hat mich gefragt, wie ich Blood & Wine finde. Ich antworte drauf, aber er sagt, er hat den Streamer auf Pause. Ähm, Micha, ich weiß, du hörst es ja nicht, wenn du den Streamer auf Pause hast, aber, wie soll ich dir sagen, wie ich es finde? Was? Das funktioniert nicht, glaube ich. Ähm, Weiß ich nicht, also, ja, keine Ahnung. Äh, ähm, weiß ich nicht, irgendwie ist da ein Fehler im System. Äh, was ist denn flauschig? So, lass uns mal flauschig und Frisur? Lang und offen, offen nicht zu lang, Seiten rasiert, oben kurz, Seiten rasiert, oben kurz und ein Pferdeschwanz, was ist das denn? tschüss. Alles Gute. Alter. How to make the Hexer even uglier. Naja, zum Glück haben wir eine Kapuze und es sieht keiner. Eieiei, Jack sei gegrüßt. Oh Mann. Und Cappy sei auch gegrüßt und Ernie. Eieieieiei. Eieieiei. Jetzt muss ich mal eben nachlesen. Ähm. Der Quotenrisse, äh, Dima spielt Reaper, er mag das Sensenmanns Team. Okay, ja, komm ich gar nicht mit klar mit Reaper. Komm ich gar nicht mit klar. Oh Mann. Sehr geil. Äh, und mein Highlight, wir hatten gestern am Anfang und heute am Anfang relativ lange drüber geredet, deswegen, falls ich die Antwort jetzt mal ein bisschen kurz, Birdie, nicht böse sein, wenn du magst, schau einfach mal in die VOD rein, weil ich halt ausführlich jetzt schon zwei Streams drüber geredet habe. Also Kurzfassung, Days Gone fand ich ziemlich geil, das neue God of War fand ich geil. Ich bin sehr gespannt auf das Hideo Kojima Projekt, ähm, also Death Stranding oder Stranding Death. Man weiß ja nicht, was das ist, aber es macht Lust auf mehr. Ähm, State of Decay 2 fand ich ziemlich geil. The Happy Few sah ziemlich interessant aus. Ähm, aber so mein absolutes Highlight, würde ich sagen, war, ähm, Days Gone. Und was ich überraschenderweise interessant fand, der Call of Duty, äh, weil ich es halt gar nicht als Call of Duty erkannt habe. Dishonored 2 war ja schon vorher relativ bekannt. Das war jetzt ja nicht so, oh shit, es kommt. Ja, freue ich mich drauf, aber das war ja schon Thema auf der letzten E3. Das ist jetzt ja nicht so, dass es einem die Buchsen ausgezogen hat. Kein Ding, ich habe jetzt nochmal kurz drauf geantwortet. Ne, wir hatten eben ein bisschen auch länger drüber gesprochen, aber, wie gesagt, diese Zombie-Spiele, ähm, finde ich geil. Das neue Resident Evil sah auch ziemlich vielversprechend aus, gerade weil ich die alten nicht mochte. also ab Resident Evil 4 mochte ich nicht mehr so. Also 4, 5 und 6, mhm, ich hoffe, dass es halt wieder ein cooles Resident Evil wird und auch ohne VR einigermaßen funktioniert. Ähm, dann bin ich da auch schon sehr gespannt drauf. Wo will ich jetzt eigentlich hin? Da wollte ich noch hin und dann sind wir quasi hier oben fertig. X-Floor, das ist die Großmeister-Katzen-Rüstung komplett. Schwerter und Rüstung haben wir in diesen DLC schon alles aufgewertet. Jetzt sammeln wir das nächste Geld für das Weinjut. Hier kann man ja so ein kleines Weingut ausbauen. Ähm, das werde ich dementsprechend dann als nächstes machen. Hat jetzt mittlerweile, glaube ich, fast 40.000 Gold gekostet, die Rüstung einmal aufzuwerten. Richtig teurer Spaß. God of War, habe ich ja gesagt, finde ich ziemlich geil, Kabi. Finde ich ziemlich geil. Äh, hat mich halt so ein bisschen an Lords of the Fallen erst erinnert, ist halt nicht mehr das klassische God of War, weil andere Kameraperspektive, anderes Gameplay, so wie sie es dargestellt haben, gefällt mir persönlich besser. Also tatsächlich so a la God of War ist erwachsen geworden. Mal schauen, wie es wird. Frau mit Käppchen. Äh, Rotkäppchen? Lass mich. Wo ist der böse Wolf? Lass mich. Lass mich. Hm. Haben wir das Ding jetzt hier ausgehebelt? Skyrim? Ja, da warte ich auf die neue Version. Die werden wir dann von der Konsole spielen, die mir. Wie gesagt, jetzt das andere fange ich nicht noch an. Au, au. Bruxa. Ich nehme auch mal ein Träubchen. Ich treffe nicht. Weil ich einfach nicht treffe. Oh, ich glaube, ich muss einfach mal eben ganz kurz, äh, 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 Axi, ne? Nee, äh, die Gnick. Naja, so geht es. Außer, dass die einen Arsch voll Alter Schwede, die blockt ja alles. Jetzt stop blocking. No, jetzt muss ich nochmal ein Träubchen nehmen, ein Schildchen nehmen und dann nochmal eine, äh, magische Falle nehmen. Irden. Braucht ein bisschen Stamina, kann im Moment auch Irden nicht legen. Jetzt kann ich Irden legen. Und dann ist hier die Bruxa auch Geschichte. Mist, wie? Lebst du noch? Nee, lebt nicht mehr. Perfekt. So. Dann haben wir die Träubchen auch aufgebraucht. Gut. Lust auf mehr. Ich hab dich gerufen, sei gegrüßt. Äh, spiel doch den Teaser. Ja, werde ich irgendwann machen, falls du, äh, Resident Evil meinst. Hab ich ja schon runtergeladen. Ich bin doch noch nicht zugekommen. Ich bin doch noch nicht zugekommen. Dima ist weg. Viel Spaß. Bei Skiska Skyrim. Und wir gehen jetzt hier unten noch mal hin. Das heißt, wir gehen einmal da hin. Einmal ganz schnell, äh, schnell reisen. Zockt, wer Rocket League? Ja, wir haben es mal zwischendurch gespielt, Chirocco, äh, beziehungsweise Chiroccos Frau. Auch mal ganz kurz im Stream, aber das ist jetzt nicht, was ich jetzt so fünf Stunden am Tag jeden Tag spielen kann. Einmal so ganz kurz zwischendurch, aber dann ist auch wieder gut. Killing Joker, sei gegrüßt. Kommt das neue Resident Evil auf im PC? Das weiß ich nicht, Songgash. Das weiß ich nicht. Habe ich nicht drauf geachtet, ehrlich gesagt. Gute Frage, nächste Frage. Wobei Verdi sagt, PC, PS4, VR und Xbox. Also, ähm, interessant. Eine News habe ich sogar noch, tatsächlich. Die habe ich heute gelesen. und zwar war es mit dem Entwickler von Microsoft, der in der Entwicklung der Xboxen beteiligt ist. Und zwar ging es um die neue Xbox Slim und die Xbox Scorpio, die nächstes Jahr kommen soll. Und, äh, es ging halt darum, soll man sich die Xbox Slim kaufen, wenn ja nächstes Jahr eh eine stärkere Scorpio kommen soll? Und, ähm, diese Frage beantwortete der Entwickler von Microsoft, was für ein TV-Gerät benutzen sie? Und die Antwort, die dann der Reporter gestellt hatte, 1080p. Ganz normal Standard, Fernseher. Und dann hat der Entwickler gesagt, nö, die Scorpio brauchen sie nicht. Die Scorpio ist tatsächlich auf 4K Gaming ausgelegt. Bei 1080 werden sie keinen Unterschied feststellen bei den Spielen, ob sie auf der Xbox, Xbox Slim und, äh, Scorpio spielen. Ähm, alle Spiele sind halt auf jeder Plattform spielbar. Xbox Scorpio geht rein auf 4K Gaming. Das heißt, so viel wie, wer keine Xbox hat, muss jetzt nicht unbedingt auf die Scorpio warten, weil anscheinend nach dieser Aussage bringt sie auch keine Vorteile. Ähm, ich weiß nicht, ob er damit nur quasi die Slim- und Xbox-Verkäufe noch ankurbeln will. Wäre Betrug, wenn das eine Lüge wäre. Aber wenn das im Moment der derzeitige Stand ist, fände ich dann gar nicht mal falsch. Ähm, weil 4K Gaming interessiert mich nicht. Ergo bräuchte ich keine Scorpio, wenn sie sonst keine Vorteile bietet. Und die Frage ist, ob das bei Sony ebenso der Fall ist, dass du für 1080 überhaupt gar nichts anderes brauchst. Nur für VR und 4K brauchst du die Neo. Dann sind die Dinger vielleicht doch gar nicht so interessant, wenn man nicht gerade auf besagten beiden Klamotten, ähm, aus ist. Wie gesagt, das bleibt halt eben noch abzuwarten. Also, nach seiner Aussage, wer halt jetzt eine Slim kaufen will, verkauft sich nicht und ist dann enttäuscht, weil in einem Jahr die neue Scorpio kommt, die dann stärker ist und jeder haben muss. also nur für 4K halt. Ja, die Frage ist, Verdi, dass die sich nicht durchsetzt, will ich noch nicht mal behaupten. Die Frage ist, wie sich 4K und VR in Zukunft entwickelt. Wenn das Ganze halt so ankommt wie jetzt HD, da das quasi ein Selbstläufer wird, ja, dann wirst du dir auch irgendwann diese Konsolen halt kaufen. Das Problem ist einfach, es gibt halt so viele Trends, wo die Early Adopter aufspringen, wie zum Beispiel Playstation Move und Kinect. Kurze Info, die Xbox Slim, die neue, hat keinen Kinect-Anschluss mehr. Das Killer Feature, was ja bei der Xbox eigentlich Pflicht am Anfang war, was sie ja unbedingt verkaufen wollten, weil es ja so geil und innovativ ist und sie es so stark nutzen wollten, sich dann dagegen entschieden haben, die Xbox Slim hat noch nicht mal mehr einen Kinect-Anschluss. So viel zum Thema, ob es sich durchsetzt. Also Playstation Move und Kinect haben sich zum Beispiel nicht durchgesetzt und die Frage ist, ob sich halt 4K in der Heimindustrie durchsetzen. Wie hat bei Beamern, Diagonalen von 1,60 Meter und größer, kann ich 4K verstehen, aber beim Gaming und beim normalen Fernseher 50 Zoll, weiß ich nicht, ob man da unbedingt 4K braucht. Wenn ich halt in Ruhe mal mein Porno gucke, brauche ich da nicht eine 4K-Ische? Da kriege ich ja Angst. Da sehe ich ja jeden Pickel. Das will ich gar nicht sehen. Nee, keine Ahnung. Also die Frage ist, ob es sich durchsetzt. Wenn, dann ist das interessant. Stand heute ist es nicht interessant. Das bleibt halt alles abzuwarnen. Schmeiß mir noch mal hier die Traube rein. Was, Markus hat es auf PC? Ja, Overwatch habe ich tatsächlich am PC. Ich warnte ja noch auf die Konsolen-Version, aber tatsächlich, ein Shooter, muss man einfach sagen, spielt sich für mich auch einfacher vom Aiming, glaube ich, weil ich weiß es nicht. Ich habe kein Aiming. Ach, keine Ahnung. Ich habe es halt auf dem PC. Irgendwann dann nochmal vielleicht auf der Konsole. Oh, jetzt fliegt das Vieh hier durch die Gegend. Was ist denn jetzt hier mit dem Moped? Landest du nochmal? Muss ich hier runterschießen? Glaube ich muss da runterschießen, ne? Mit einem Bolzen. Mit einem Bolzenschussgerät. Warte mal, wie wähle ich das denn aus? So. Wie, jetzt ist es da oben gelandet? Äh, jetzt kommt er wieder runter. Alter, du bist ein ziemlich hässliches Vieh. Schleimling. Ich treff nicht. Ach, komm. So geht's. Ah, schwierige Geburt. Schwierige Geburt. Coolung, den Reed Edition. Ja, da ist mal eine Banane. Und was ist mit Star Trek Bridge Crew? Gut, ist VR bei Star Trek. Ja, das habe ich schon gesagt. Das habe ich schon gesagt, Jim. Das wäre im Moment so der einzige Grund, warum ich mir so eine Brille holen würde für den PC. Wegen Star Trek. Das habe ich gestern schon im Stream gesagt. Ich bin ja so der übelste Star Trek Fan. Aber, ja gut. Ich meine, bleiben wir einfach mal real. Jetzt einfach 600, 700 Euro für so eine PC-Brille ausgeben für ein Spiel, was vielleicht keinen Tiefgang hat. Warten wir mal ab. Aber, ähm, das Spiel macht auf jeden Fall mich, äh, wässrig? Macht mich das wässrig? Wässrig klingt komisch, ne? Was heißt denn das, wenn ich wässrig bin? Macht mich geil. Sagen wir es einfach so, weil Star Trek halt. Schauen wir einfach mal, was die Zukunft bringt. Hier, oh, die Zukunft bringt halbes Leben und explodierende Möpse. Alter, die hauen. Scheiße. Richtig. Nein, da ist noch einer. Warte, oh Gott. Ja, die explodieren halt wie die Suicide-Bomber. Nicht gut. Nein, ganz und gar ungut. Ich esse erstmal einen Pfeffer. Nein, nicht explodieren in meinem Gesicht. Ei, 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 ei. Ah. Hat mir mal das Lumia 950XL geholt bei Ebay. Mal gucken, wie sie ist. Was hast du bezahlt, Killingjoker, wenn ich fragen darf? Normaler Preis ist 3,99, 4,50 oder so. Also für ein Smartphone mit den Spezifikationen und der guten Kamera relativ günstig immer. Ich weiß nicht, was du bei Ebay bezahlt hast. Aber wie gesagt, Feedback würde mich echt interessieren. Also das Einzige, was ich brauche, ist, geht Discord, geht WhatsApp. Alles andere, ja gut, geht telefonieren. Aber telefonieren tue ich eher selten. Also das wäre nicht ganz so wichtig. Ich muss noch nicht mal wirklich primär telefonieren können. Das ist egal. Hauptsache, WhatsApp und Discord gehen. Wie gesagt, berichte mal. Wurde schon erwähnt, dass Deadpool gerade im Angebot ist. Hab leider eben erst eingeschaltet. Ne, Jaden, wo? Welche Plattform? Mehr Infos? Ne, weiß ich nicht. Hab ich nicht mitbekommen. Mehr Infos, mehr Infos. Ne, weiß ich nicht. Ruffy, sei gegrüßt. Discord geht auf Lumia-Handys leider nicht. Das war schon der erste Punkt. Also, wie gesagt, da die Frage, äh, äh, hier, äh, welches Spiel, äh, welche Plattform wird das Spiel und welcher Preis? Wie gesagt, die Infos wären ziemlich geil. hab ich nämlich nicht mitbekommen. Ne, äh, hab ich nämlich nicht mitbekommen. 20 Euro, Saturn, PS4 und Xbox versandkostenfrei. Ach so, wieder Saturn Late-Night-Shopping. Ja, wobei, ähm, mit Gutschein oder ohne? Denn für alle, die es nicht wissen, Saturn bietet einen Neukundengutschein, wenn du dich für den Newsletter mit einer neuen E-Mail-Adresse ähm, registrierst. Äh, ich will jetzt nicht sagen, dass man, wenn man viele E-Mail-Adressen hat, jedes Mal einen Gutschein bekommen kann, weil das wäre ja Betrug und würde ich niemandem sagen. Aber, ne, vielleicht ist man ja noch nicht Kunde und kriegt dann über diese neue E-Mail-Adresse einen 5-Euro-Gutschein. Dann wird's halt nochmal jedes Mal 5 Euro günstiger. Das ist ja ziemlich geile Sache bei Saturn. Ähm, ja. Ohne Gutschein. Ja, dann geh ja sogar nochmal 5 Euro runter, wenn du dir den Gutschein generierst. hab ich natürlich jetzt nicht gesagt. Ja, 15 Euro. Ohne Versandkosten. Wie lange? Äh, kannst du das noch sagen? Ist das bis um 12 oder geht das die ganze Nacht noch? Weil ich glaube, für den Preis werde ich mir das auch bestellen. Weil das, was ich bis jetzt gesehen habe, ich hab das Spiel bei Beatmex gesehen, so für zwischendurch mit den Sprüchen sah das ganz lustig aus. Ist jetzt natürlich kein Highlight-Game, aber halt zwischendurch mal ein bisschen Kopf aus und rumkloppen. Durchaus ganz witzig, gerade die Sprüche. Äh, überall berichtet Prince of Persia, Sense of Time gibt's jetzt nur 30 Euro gratis, nur ich find's nicht. Ähm, das war irgendwie clububisoft.de oder com, Keflon, jeden Tag irgendwie ein anderes Spiel wegen 30 Jahre, Ubisoft irgendwie 8 Tage oder 10 Tage immer ein Spiel äh, umsonst. Und Sense of Time war das erste. Ob es das heute noch gibt, weiß ich nicht. Das haben sie gestern oder vorgestern angekündigt. Sollte halt jeden Tag ein neues Spiel kommen. Bis 9 Uhr Donnerstag. Okay, dann kann ich noch nach dem Stream gucken. Dankeschön. Ne, Jaden, hab ich nicht gesehen. Vielen Dank für, für den Hinweis. Jaden informiert. Perfekt. Dankeschön. Ja, für den Preis, wie gesagt, äh, die Sprüche waren ganz witzig, die ich gesehen habe. Ist einfach so ein Kopf aus Baller-Klopp-Spiel und ein paar coole Sprüche halt. Für den Preis, wie gesagt, kannst du nicht viel falsch machen. Äh, ich hatte nämlich damals, ähm, Saturn hat ja oft diese Nachtangebote. Ich hatte damals Assassin's Creed Syndicate halt da bestellt. Das war irgendwie eine Woche nach Release oder noch nicht mal und da hat, äh, Saturn hat schon für 49 drin gehabt. Mit Gutschein dann 44, 49 versandkostenfrei. Eine Woche nach Release für die PS4 und da hatte ich ja dann damals gesagt, ja gut, komm, Release-Titel, der sonst 59, 69 kostet, direkt mal, äh, 25 Euro günstiger. Da hatte ich ja damals Syndicate direkt da bestellt und, äh, Lieferung an die Packstation, easy peasy, schnell, keine Probleme gehabt. So, dann haben wir das auch und wubbeln uns jetzt hier unten hin. Ja, wobei, da können wir mal, glaube ich, Plätze rufen. Komm ran. Kann man nämlich mal ein bisschen reiten. Doch ein bisschen weit noch. Äh, ich frage mich, was die hier machen. Ist mir egal. Da muss ich nicht kämpfen. Geh weg. So, dann haben wir noch drei Punkte. Dann ist die Quest endlich auch fertig. Liefer brauche ich nicht. Bräuchte er noch Würmer für die roten Mutagene. Ah, ja. Ja, ich habe keiner im Besuch drin. Au. Au. Nein. Oh. Ich nehme erstmal ein gegrilltes Schweinefleisch. Das habe ich jetzt erst gelernt, dass das geht. Ich wusste das nicht. Das hat mir aber auch keiner von euch gesagt, ihr Schlawiner. 150 Stunden gespielt und ich wusste nicht, dass man den Angriff chargen kann. Das ist voll OB. Also, naja, jetzt nicht gegen den, aber gegen die... Ich sterbe. Ei, ei, ei. Da komme ich nochmal nach einer Schwalbe und ein Steak. Alles mitnehmen. Alles mitnehmen. Ah, da liegt noch irgendwas. Gab's heute noch. Dann GG Keflon. Jetzt habe ich Discord auf dem Handy. Ja, habe ich auch. Discord Handy, Discord Browser, Discord App. Ich bin voll verdiscordet. Discord Everywhere. Stimmt das mit The Witcher 3 Patch 15 GB? PC-Version? Das weiß ich nicht. PC-Version habe ich... Da kann ich... Habe ich nicht. Kann ich nicht viel zu sagen. Aua. 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 Ach, da drin sind... auch Bogenschützen. So. Ruhe hier. Kann ich dich noch looten? Kann ich. Perfekt. Dann nehmen wir den hier auch noch mit. Und draußen den komischen Knattergurken-Joe holen wir uns auch noch. Nehmen wir mal hier ein Schnitzelchen. So. Ich brauche den Schlüssel. Ich weiß jetzt gar nicht, ob ich den gelootet habe. Gerade hier so schnell alles durchgeklickert. Seedoc, sei gegrüßt. So. Gucken wir uns hier mal ganz fix rum. Ah, da geht es mal noch tiefer rein. Dann nehmen wir erstmal das hier mit. Dann machen wir hier Licht an. Äh, wurde schon über Resident Evil 7 gesprochen? Ja. Wirst du streamen? Naja, wir müssen erstmal wissen, wann das Spiel rauskommt, Ruffy. Ähm, mal gucken. Es sah interessant aus. Aber es war ja noch gar kein Release-Termin, glaube ich. Doch, es war ein Release-Termin, Januar, Februar, glaube ich, war es, oder? Ich überlege gerade, ob es einen Release-Termin hatte. Halt mal schauen. Wie gesagt, äh, man hat ja nicht viel gesehen. Wie hatte ich? Geh mal davon aus, mal wird halt, bevor es released wird, halt noch ein bisschen mehr Gameplay sehen. Ähm. Aber Tendenz ist erstmal eher ja, weil es mir besser gefallen hat als Resident Evil 4, 5 und 6. Die ich persönlich nicht ganz so geil fand. Weil das war mir zu viel gekloppe. Also, geballer. Und zu wenig Survival. Äh, und Resident Evil war für mich eher immer Survival-Horror à la, äh, Silent Hill. Ja, deswegen. Ich hätte mich auch über ein neues Silent Hill halt prinzipiell sehr gefreut. Aber, da kann man ja nichts machen. Habe ich jetzt diesen Schlüssel eigentlich gelootet? Hm, ich habe keine Ahnung. 24. Januar. Oh, ist das schön. Und Sarah, danke für den Host. Ah, haben wir noch mal, was ich mitnehmen kann. Ich möchte nur nicht hier gleich runterglötschen. Das sieht alles nur sehr blumig aus. Keine Ahnung, ob ich den Schlüssel halt gelootet habe. Das habe ich leider nicht gesehen. Ich habe nicht darauf geachtet, weil das Türchen war verschlossen. Wir brauchten einen Schlüssel. Ah, gucken wir mal. Weil hier oben scheint jetzt aber auch nichts mehr zu sein. Gut, gucken wir mal, ob wir das aufkriegen. Wenn nicht, mache ich mir Sorgen, wo ich den Schlüssel finde. Hm, keine Ahnung. Hat wer den Warcraft-Film gesehen? Ne, ich nicht. Interessiert mich gar nicht. Wer hat den neuen Star Trek, der jetzt kommt, den werde ich mir angucken. Aber Warcraft... Weiß ich nicht. Ich bin nicht so der CGI-Mensch. Wenn, dann direkt so Pixar-mäßig oder dann anderes. Weiß ich nicht. Keine Ahnung. Ist nicht so meins. NNGB, sei gegrüßt. Schlüssel benötigt. Ja, ähm... Ach, da. Du hast mein Leben gerettet. Danke. Wenn du was brauchst. Ich bin im Basilisk. Perfekt. Guten Abend, Sarah. So, dann haben wir... Ne? Oh, hier ist... Ne, Moment. Das ist ein Händler. Hallo. Händler. 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 Bleib stehen. Händler. Du hast mein Leben gerettet. Danke. Wenn du was brauchst. Ich bin im Basilisk. Ja, ich will handeln. Bei dir steht Kaufmann dran. Die betrügen. Killing Joker auch dir. Vielen Dank für den Host. Ähm... Ja, dann gehen wir... Da rüber. Blood and Wine ist geil. NNGB. Ja, das habe ich schon jetzt mehrfach gesagt. Irgendwie für mich eines mit der besten Add-ons. Also so sollen Add-ons sein. Ja, alles, was ich bis jetzt so an Add-ons gespielt habe, hatte irgendwie einen negativen Beigeschmack. Nach dem Motto, ja, nix halbes, nix ganzes, zu kurz, kacke. Und das Ding ist einfach geil. Es ist riesig. Endgame-Content für deinen Charakter. Ähm... Coole Quests. Coole Gegend. Coole neue Features. Neue Rüstung. Einfach nur geil. Oh, da sind wieder die Mopeds. Die brauche ich noch. Für Mutterbirne. Au. Die geben es mir. Aber nicht das Muttergeben. Alter, ich hasse diese Dinger. Ohne Witz. Alles nur, wie die Mutter gähnelt. Mann. Äh, wie viele Punkte haben wir eigentlich? Wir können... Das könnten wir gleich nochmal machen, wenn wir die Quests fertig haben. Gucken wir mal, ob wir umskillen. Könnten wir echt mal machen, wa? Dann haben wir nämlich mehr Skill-Punkte. Und könnten nochmal hier in, äh, das System rein skillen. Weil hier fehlen uns jetzt... Ein Muttergen. Und zwei Fälligkeiten-Punkte. Und hier brauchen wir dann... Sehe ich nicht. Was wir hier brauchen. Entweder machen wir das heute im Stream, dass ich mal umskille. Oder ich mach das offscreen fürs nächste Mal. Dass ich wirklich mal umskille. Dass wir hier von dem System her profitieren können. Ich mein... Kritische Effekte auf den Gegner angewendet. Mit einem zufällig ausgewählter Absurd. 120 Sekunden lang ohne Toxinkosten aktiv. Die maximale Anzahl von Absurdern. Die Dank Mutation gleichzeitig beträgt drei. Mit Hilfe der Hexasinne. Das klingt absolut OP. Und hier hinten haben wir noch... Zweites Leben. Ja gut, das brauchen wir nicht. Also wir... Den Baum würde ich halt schon ganz gerne hier... Einmal ausskillen. Bei jedem Crit... Hier irgendwas zu bekommen. Ist schon ziemlich geil, glaube ich. Der Sepp kommt gut in den Lurk-Modus. Bis Sonntag. Zum Bild am Sonntag. Ich muss da rum. Oh Gott, wenn jetzt hier wieder so ein Mutanten-Moped ist. Ich bin Maximus Nonius Macrinus. Unsere Taten im Leben heilen durch die Ewigkeiten. Ah ja, okay. Wir brauchen Irden. Oh, gespenstischer Ritter. Ahoi. Okay. Finde das Geheimvorsteck in Macrinus Haus... ...Mithilfe deiner Hexasinne. Ja, das machen wir. So. Das machen wir hier. Okay. Erstmal alles mitnehmen. Wir müssen eh noch alles verkaufen. Wir brauchen ganz viel Geld nachher für den Weinberg. Da müssen wir auch noch Geld reinpumpen. Dementsprechend nachher nochmal auch Vendorn. Da geht's... ...nach oben. Bleiben wir erstmal unten. Aber wir müssen anscheinend nach oben, weil hier unten nichts mehr ist. Alter, Kuribu, gebt irgendwelche commandswürdig aus dem Zusammenhang aus. Stop it. Und Kaza zur Pause ins Bett. Dann sage ich schon mal vorab, gute Nacht, Kaza. Bis Sonntag. Ah, ich habe das Geheimvorsteck gefunden. Ah. Guck, guck. Und ich bin überladen. Das heißt, wir müssen jetzt tatsächlich... ...ähm... ...dann auch mal eine Shopping-Tour machen. Jetzt ist die Frage, ob hier in der Nähe ein Reise-Board ist. Gucken wir mal. Na, natürlich wieder mal nicht, ne? Geil. Doch, da. Das geht ja sogar relativ. Und das nächste ist da unten. Ja, das passt sogar recht gut. Das heißt, wir gehen jetzt da hin, gehen shoppen. Perfekt. Nix. Hier wird kein Loot weggeworfen. Wir robben uns auf Brustwarzen... ...äh... ...zum Reise-Board... ...und boarden uns dann... ...zum Händler. Ich würde ganz schneller gehen. Geht nicht. Aber ich sehe es schon. Kann sich nur noch um Stunden handeln. Könnt ihr in der Zwischenzeit mal was erzählen... ...oder ich dampfe nochmal eine Runde. So. Schnell reisen und Loot wegwerfen. Das ist ja die... ...die achte Todessünde. Wer den Loot nicht ehrt... ...ist das Level nicht wert. Hier wird nix weggeschmissen. Das ist... ...das geht nicht. Ich glaube, das ist hier, ne? Ich will da hin. Der hat die meiste Kohle. Ja, aber Kalkani... ...irgendwann ist auch... ...jede Spiel am Ende. Außer es ist ein MMO. Und eigentlich bin ich auch ziemlich froh. Mir macht ein Spiel echt so lange Spaß, wie ich spiele. Aber wenn ich dann irgendwann durch bin, ist auch gut. Dann kommt nämlich ein anderes Spiel, was geil ist. Wenn ich mir jetzt vorstellen müsste... ...ich müsste mein Leben lang... ...die nächsten Jahre nur Witcher spielen. Boah, mir würden so viele gute Spiele... ...durch die Lampen gehen. Ich weiß, es ist halt nicht jedermanns Geschmack, was... ...was ich spiele, was jeder so spielt. Aber wir hatten... ...das ist halt so. Wir hatten das eine Spiel jetzt mal für den, das andere für den. Und... ...ähm... 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 ...tatsächlich viele Games und Genres eigentlich mag. André, du Schuft. Mach dich nicht über mich lustig. Wo konnte man doch mal überladen nicht reisen? In Fallout war es, ne? Wenn du überladen bist, konntest du in Fallout nicht reisen. Das war fies. ...ähm... 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 ...Crimbeat, hau dich in mein Lieber. Danke fürs Reinschauen. Bis zum nächsten Mal. Ja, wir machen halt Roleplay. Ne? Ich meine, ihr rennt ja auch nicht, wenn er jetzt nach Saturen geht... ...durch die Stadt. Da geht mein... Oh, jetzt ist hier Tags... ...äh... ...nachts. Oh, er hat auch nachts auf. Late Night Shopping. Perfekt. Hast du auch alle Karten? Hoffentlich läuft deine Suche gut. Äh... Ja, ich hab... Äh... Wie hieß denn das? Ich hab Velen, ich hab Skellige, ich hab ähm... Cam Morhen, ich hab jetzt hier Toussaint. Boah, wie hieß denn die andere Karte? Die haben wir alle gespielt. Wobei, die... Die letzte aus dem Basisspiel... Skellige war es, glaube ich. Die hatten wir nicht mehr so genau gespielt, weil... Da haben wir die Fragezeichen nicht mehr eingesammelt. Da ging mir so ein bisschen auf und sagt, dass du mit den Schiffen so viel rumreisen musstest. Da haben wir relativ viele Fragezeichen rein theoretisch noch offen. Aber, ähm... Ansonsten haben wir die Karten alle recht genau gespielt. So. 52.000. Der Typ ist echt, äh... Nuritsch. Ritschiritsch. Ja. Ah, wieder diese Lecks hier beim Verkaufen. Furchtbar. Was? Wer macht sich über wen lustig und warum darf ich nicht hinten machen? Ja, der Chat wahrscheinlich über mich. Wie immer. Weißt du doch, Spike. Was, Giganteninsel informiert? Giganteninsel ist nicht da. Markus, Pause. Ja, Giganteninsel nicht da. Pause nicht da. Jetzt verkaufe ich erstmal da noch. So geht Tatjano nicht hier. Alter Schwede. Ich würde es ganz schneller verkaufen, aber... ...geht leider nicht. So langsam. So. Dann möchte ich bitte hier nochmal gucken. Ganz kurz. Boah, ich habe gerade taucht. Klick, klick, klick. Na, den ganzen Krempel will er nicht. Perfekt. Dann reparieren wir jetzt nochmal. Äh, ja. Reparieren. Boop. Dann ist das auch. Ähm, so. In Fondert habe ich immer einen Arm von einer Leiche mitgenommen und den voll Loot gestopft. Ja, ich habe immer den Hund beladen, Ole. Der Hund war für mich in der Lage. Was? Von Gewähren? Kannst du mal ein Spiel zeigen? Von Gewähren? Falls du Gewind meinst, Cabby. Nein. Das Spiel existiert nicht. Gewind gibt es nicht in meiner Version. Äh, ich habe die billigere ohne Gewind gekauft. Das war die, äh, äh, Hate-Gewind-Edition. Wiedersehen. Viel Glück auf dem Weg. Hallo Slash, ich bin ein großer Fan von dir. Allerdings halte ich dich nicht für besonders attraktiv. Dafür muss ich dir aber gestehen, ich bin neidisch auf deine Hardware. Und dabei habe ich die Hardware noch nicht mal in die Kamera gehalten. Xalf, alles in Ordnung. Ich halte mich auch nicht für sonderlich attraktiv. Aber, äh, muss ja auch nicht jeder Mensch sein. Gibt ja, glaube ich, kein Gesetz dafür, dass jeder aussehen muss wie George Clooney, Brad Pitt oder, äh, Pamela Anderson. Von daher, alles gut. Wie gesagt, nur höfliche Menschen fallen nicht so in die Tür. Das heißt, man sollte vielleicht an der Höflichkeit arbeiten. Dann klappt es im Leben besser auf, wenn man nicht der Attraktivste ist. Xalf. Nur so ein kleiner Tipp, so von mir zu dir. Mit der geilen Hardware. Ah. So. Dann machen wir jetzt Pause. Auch wenn Gigantinsel heute nicht da ist und informiert. Ich muss Hasi wecken, sonst, äh, schläft die auf der Couch ein. Drei Minuten Pipipause, Freunde. Für alle, die die Adblocker an...